so prinzipiell haut es hin jetzt nehmen wir nur 3 so Kasperl hier den Rest lagere ich ein und der 1 möchte ich eigentlich nicht verkaufen so schön einlagern Jungs oh da ist nur viel Öl in dem Level da ist noch viel Öl und gebrochen Geld das heißt ich muss immer schnell verkaufen hier das ist recht schon holt es ab Jungs nicht Spillage da gibt ja gleich Spillage das ist noch weiter tief oder was so holt die Scheiße raus hier so da gehen wir hier hin und dann da rüber der Preis hier sieht super aus weg mit der Scheiße so jetzt machen wir gleich eine doppelte Leitung Millimeter habe ich daneben gebäude ich denn ja kann ich sehen so dann wollen wir da hin wir holen die ganze Scheiße aus dem Boden hier raus wie lange habe ich 30 Millionen das wird wahrscheinlich ein bisschen oben sein oder unten das kann man jetzt echt nicht sagen nein wir werden auch noch das ist unten oder was scheiße das ist wirklich unten wir müssen in der Gegend herumbohren hier aber der Preis ist okay das passt sagen wir wie tief unten ist denn das bitte lass mich verarschen der Marsch der Welt hier jetzt haben wir es ist wirklich ganz unten so tief aber egal wir holen das auch raus und wir verdienen uns dabei auch noch einen ab dann können wir uns Upgrades leisten Schnelligkeit und so weiter jawohl wir holen die Scheiße raus hier aus dem Boden noch einen nehmen wir noch übrigens so so viel Geld wie nur möglich verdienen ist angesagt das heißt Böcken wer mehr zahlt der kriegt natürlich das Öl das ist schon klar so du hast auch was oder was na dann wo werde ich rüber da jetzt muss alles raus hier schneller 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 wir haben nicht so viel Zeit das ist gleich vorbei im Monat haben wir noch ein gutes ja der hat aber nur was gefunden hier so das zapfen wir auch an so verkaufen wir dann hier so viel wie möglich diesmal haben wir gute Asche gemacht jawohl wow das war schön groß ja wir haben zu wenig Zeit das mit Juni ist zu wenig ne am Anfang hast du zu wenig Zeit wie sieht es denn jetzt aus jetzt habe ich die meiste Asche gemacht ich hole jetzt ein bisschen auf ich brauche modernere Technik wir kommen in meiner Bar wo ist die Bar saloon ohne das hat jetzt überhaupt nicht das rinnt jetzt nicht breite verzweigungen das wäre nice irgendein schönes upgrade nehmen wir jetzt tiefe 3 dass die zumindest alles finden das wäre nicht schlecht schnelligkeit das ist das keine lust mehr das kann ich mal noch nicht leisten leute im Stall was ist hier so Größe das ist auf jeden Fall interessant aber das kann ich mal auch nicht leisten aber das ist schalter mit diesem praktischen Pferdezähler kann sie verfolgen mit Pferde du hast das was für eine umnütze das ist wirklich umnütze das ist wirklich umnütze das ist wirklich umnütze also Verzweigungen wenigstens machen kann das sind so die kleinsten Upgrades was wir jetzt haben irgendwie müssen wir ja vorwärts kommen so das war ein super Gebiet dann nehme ich an dass daneben wieder ein Klassisches ne alter du Arsch das ist meins verschleich dich hier meins ich muss zwar ein bisschen mehr zahlen aber ok so wir gehen es an zack bumm bang noch jetzt wenig gell oder oh jetzt fehlt mir nur noch die Kohle ey scheiß damit gewandern oh muss man nur ein Darlehen aufnehmen das kostet ja wieder Zinsen ey oh so kommen wir nicht vorwärts also Expertenmodus ist für Experten das garantiert bis 31. September so jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Zeit so wollen wir mal so links und rechts so ein Ding hier oh das ist ein riesen Ding hier so wo können wir verkaufen der hat einen guten Preis die haben auch mal einen guten Preis der hat noch einen besseren Preis wow wow so kann man das mal vergrößern da zwei so Hansel nehm ich noch so schön verkaufen schnell ich brauche ein bisschen Geld so jetzt ist der andere Tabel hallo hallo den Preis verkaufen nicht bin ich bescheuerte okay so der hat auch was gefunden dann gehen wir da rüber oh ich kann einen neuen Bohrturm jawoll doppelt das machen wir hier auch 3,90 das ist überwilliger wie ein neuer Bohrturm ne ich habe ja Verzweigungen ne warum du kein Geld hab ich mir scheiße na gut dann machen wir das so wir haben ja jetzt Zeit aber der Preis geht wieder schön rauf wir können verkaufen ja das geht schon das geht absolut in Ordnung der Preis so so und jetzt da rüber bitte jawohl Volltreffer wenn ich das jetzt doppelt nehmen koste es auch offen aber egal so dann nehmen wir noch zwei Hansel ist es das von dem ja ich denke schon ne dann bin der Lebensanidrotter aber gut das geht ja schnell ja gut das kann man ja nicht sagen da ist nochmal was jetzt wollen wir da weiter da fahr ich nur da unten gehen wir runter unten so du hast da was ja du kriegst eine eigene sonst wird es zu teuer hier der Preis ist wieder scheiße Stücke noch oh das ist ein kleines aber egal auch ein kleines ist ok so holt alles raus aus der Erde wir brauchen ein bisserl mehr Pferdchen und sind sie nur noch weil der Preis ist nicht gut verkaufen nicht so rechts geht er rauf links geht er massiv rauf links kann man verkaufen alle dahin so Abschluss Winterverkauf hier vom Müll aber wir schauen noch mal irgendwo was findet ja da lässt sich jetzt Asche machen oh beide habt ihr was ernsthaft aber sicher weiter unten aber sicher weiter unten machen wir das so hundert nicht so der Preis ist hier scheiße stoppen wir wieder ja wahrscheinlich weiter runter hier auch ja wo soll denn das sein nur weiter unten oder was oh das ist ein schönes großes Feld so haben wir gleich zwei Erleitungen so hier können wir verkaufen ist ok nicht der Toppreis aber besser wie nix oh so Halleluja das geht ja zackig hier jetzt grad aber 20.000 müsste ich hier locker machen Leute der Preis ist so scheiße gerade ich kann das nicht drauf an den Preis das ist einfach mal frecher der Preis neun neun der Preis ist echt unverschämt oh hoppla so würde ich das machen Alter der Preis muss rauf gehen nicht runter rechts geht er rauf wie lange haben wir Zeit 31. Dezember ja irgendwann muss ich verkaufen sonst gehe ich hier mit vollen Lagern unter oder sozusagen so sie raus jetzt raus mit der scheiße ausverkauf los jetzt jungs los so 13 links 14 rechts wow jetzt geht der Preis in die Luft jetzt kann man Asche machen das geht 15 14 da kriegen wir mehr darüber jetzt heißt es aber schnell verkaufen Jungs weil na egal das muss jetzt raus das scheiße hier das ist der Preis scheiße das stoppt mein es aber kurze Pause so rechts geht es wieder rauf links geht es rauf wir sind noch nur 6 wenn dann links na da wir müssen jetzt verkaufen sonst gehe ich mit voller Lager runter so schön verkaufen Jungs genau pumpt alles raus jawoll so ist nicht alles aber relativ viel haben wir verkauft wir haben guten Gewinn gemacht das ist okay jetzt brauche ich schnellere Pferde aber die KI hat noch mehr diese Schweine hier wow 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 Bürgermeister hat für mich Tipps und das will ich sehen das will ich sehen wahrscheinlich Silbe wie vorher wieder kannst mich mal Bürgermeister mit deinem Trinkgeld so schnell doppelte Pferde also mehr Kapazität das wäre level Schnelligkeit ne was haben wir denn hier ne so größere Wagen das wäre nice das nehmen wir das nehmen wir und wir holen uns ein neues Land so das war aber ein gutes Land habe ich wirklich einen guten Griff gemacht so und dann daneben wird auch ein gutes verpiste ich hier das ist meins junge Arschgeige ja gut dann nehme ich halt das hier ich schaue da auch mal ich würde es mir verarschen dann verpiste ich dann werde ich doch wieder das Alter die wir Pisser das sind nur Peller das ist nicht so gut das dann gehe ich hier hin ist ja Bursche ist schon okay bis jetzt haben wir immer noch genug gehabt genug gehöre meine ich jetzt ne Alter die kriegen Upgrades hier also auf dem Expertenmodus gibt das Game richtig ab das kann ich euch nur noch verraten das ist die pure Hülle hier so gleich raus hier mit der Scheiße wo sind wir zu Hause längst wird verkauft so wird gleich genug rausgekommen das ist nicht das Problem noch ein bisschen Geld machen sieht gut aus am Anfang hier so machen wir die größere Herden hier zack so jetzt können die mehr fördern das haut hin dann nehmen wir 3k Spall und schauen uns das ganze an so Silo ich muss mal die Preisentwicklung anschauen rechts geht es runter links geht es runter und verkaufen so viel es geht wir brauchen ein bisschen Geld so verkauf stopp dann bauen wir ja da warte jetzt nur dann bauen wir hier ein Öl hin das sagen wir mal da und gleichzeitig da wir machen dual so der hat schon mal was der auch ja das ist leer da zum scheiß da nehmen wir noch einen ja das liebe Geld halt ich weiß ich nicht wo das ist das würde da unten sein ja das ist aber ganz okay der Preis ja das ist aber ganz okay der Preis ja das ist aber ganz okay der Preis so du hast was das ist ein riesen Ölfeld da das eine das ist super so nehmen wir mal an das ist weiter unten da weiter unten da weiter unten na wo ist es Leute ja jetzt haben wir's oh scheiße das kostet Kohle ähh das ist wieso wieso kann ich hier nicht also fördert er hier weniger das verstehe ich achso wegen dem hier ok alles klar so schön verkaufen die scheiße Jungs verkauft das Gold so wir warten wieder bis es über 1 0 ist hier ist jetzt nicht so viel rauszuholen wenn ihr mich fragt Menschenrutenfuzzi findet auch nichts mehr aber besser wie nix ne ich schau jetzt wenn er oh ich hab das übersehen da ist ja ein Megapreis alle da rüber aber Dali Bagali Jungs bringt mir das Moos aaaah das kostet wieder Geld das ist überlaufen hier muss ich dann mal so ein Dings wir machen wieder mal nen Cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen Kommentar ich würd mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten Mal euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe Tschüss die geht roh los Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018